Herzlich Willkommen Leute zu diesem kleinen kurzen Ankündigungsvideo. Es ist so, dass wir, beziehungsweise meine Wenigkeit, der Franz und der Martin, beide nochmal in der Videobeschreibung verlinkt, am Freitag, den 13. November, also diesen Freitag, zu WWE live in Leipzig gehen. Habt ihr schon euer Ticket? Wenn nicht, holt's euch. Zuschauer treffen dort. Showbeginn ist 19 Uhr, kurz davor um 17 Uhr sind wir beim Treffpunkt, den ich jetzt hier einblenden werde. Das heißt, kommt da hin. Es gibt eine Facebook-Veranstaltung, bei der ihr auch so teilnehmen könnt. Das heißt, dann können wir schon mal kalkulieren, wer kommt, wie viele sind am Start. Ich sitze übrigens in Block 3, Reihe P, Platz 17. Das ist mein Ticket. Habt ihr euer Show? Und ich hoffe, ihr kommt. Wenn nicht, ist es auch kein Schaden, aber ich freue mich auf jeden Fall auf jeden, der da am Start sein wird. Und direkt nach der Show gibt's dann auch nochmal ein Zuschauertreffen, direkt am gleichen Treffpunkt auch wie schon vor der Show. Da werde ich auf jeden Fall sein. Ich weiß nicht, ob Franz und Martin da auch noch hinkommen werden. Ich bin auf jeden Fall nochmal da. Ich werde natürlich auch wieder Vlogs machen mit genau dieser Kamera. Die werden dann ab Montag nächste Woche kommen. Könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich werde euch auf jeden Fall auch hier von dieser Show wieder videotechnisch informieren. Dann würde ich sagen, bis zum Zuschauertreffen am Freitag. Haut rein. Ciao.